der Schwestern im Wasserstörung kaufkauf sie wird nur wie du bist seit drei Kilometer aus Wasser ausgeflogen bieten ich sehe nicht Schirr im Gezogen der auf dem Flügel vom Flugzeug das abstürzt gelandet Und da fahre ich schon mit zugegangen, ich bin auf die Erde geklatscht. Oh, ich glaube Taubsi ist wütend. Erhol die Petscheneck raus. Nee, das ist lustig, du kannst, wenn du... Alter Taubsi! Alter Taub... Alter Taubsi. Alter sah das geil aus. Ich habe halt gerade von unten auf das Hochhaus geguckt. Ey, der Jett bremst halt einfach mit seinen Rädern am Hochhaus und Taubsi springt draußen und steht da. Wie geil. Ey, das sei echt von meiner Perspektive von die Hunde gerade so geil. Hinter dir. Ja, zieh das nicht mehr. Nein. Ich habe da nur noch so Hochblitzen gesehen. B, Infanterie, Tank und BMT. Ja, ich bin ja alleine gegen zwei Tanks. Tut mir leid, wenn ich das nicht gerade so souverän hinkriege. Hast du ihn getötet, Taubsi? Hast du ihn getötet? Ja, ne? Ich glaube, das ist sicherer. Na, ich guck mal, ob ich Post gekriegt habe. Äh... Alter, was wohnen hier für Leute drin? Jay Mayton, KKC und D. Sigl. Und R. Kanaka und E.J. Polakka. Polak. Geil, ey. Geil. Immer wieder neue lustige Sachen zu finden hier. Ah, hier auch. Die, die Mayton... Oh, Alter, hier wohnen ja über die Leichenleute. Ja, ich glaube, die sind halt jaman. Ja, schau, das ist ein Klonbriefkäst. Was, was, was? Also, ich bin ja auch zu kennengelernt. Ich guck mir doch gerade die Briefkäst an. Immerhin kannst du sie immer töten. Freu dich doch. Ja, toll, ich bin gerade auf das auch abgekackt, also. Ja, aber du kannst sie töten und kannst mich wieder belegen. Das ist doch cool. Geh mal zu F. Nee, lass mal oder ja, lass mal. Ja, lass mal. Kött. Wie macht denn der das? Der schießt gerade aus und ich bin hinter ihm und bin tot. Haaah! 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 Haaah!